Ich lag und schlief, da träumte mir ein ganz besonderer Traum. Es stand auf unserem Tisch vor mir ein hoher Weihnachtsbaum und bunte Wichter ohne Zahl, die brannten ringsumher. Die Zweige waren allzumal von goldenen Äpfeln schwer. Und Zuckerpuppen hingen dran, das war mal eine Pracht. Da gab es, was ich mir wünschen kann und was mir Freude macht. Und als ich nach dem Baume sah und ganz verwundert stand, nach einem Apfel griff ich da und alles, alles spannend. Da wacht ich auf aus meinem Traum und dunkel war es um mich. Du lieber schöner Weihnachtsbaum, sag an, wo finde ich dich? Da war es mir, als rief er, du musst nur artig sein. Dann stehe ich wiederum vor dir. Jetzt aber schlafe ein. Und wenn du brav und freundlich bist, dann wird erfüllt dein Traum. Dann bringe dir der Heilige Christ den schönsten Weihnachtsbaum. Ja, da haben wir es zusammen noch zusammenbekommen. Ja, ich glaube, es steht auch in einem von den Büchlein hier. Ja, aber ich habe ja gerade kein Büchlein dabei. Ja, nein, aber hier kriegen ja welche. Die kannst du auch mitnehmen und mal nachgucken, ob du da noch was findest. Das kann ich mal machen. Ja, das bleibt dir überlassen, was du damit machst oder davon machst. Dann mache ich mich nicht damit davon. Ja, nichts davon. Ja, das ist gut.